quest zeichen versehen wissen wir das wir wissen es nicht finden wir es heraus nein doch ja so ich habe glaube ich gut gerechnet 10 9 8 oh mein gott 76 angst 5 ich werde nicht durch zuverhalt genau so richtig gedienst haben 3 oh mein gott 2 oh mein gott 1 ich kotze wie so wieso sag mir bitte wie so was ist das egal rotheater und dann gehen wir schlafen das soll auch sehr gut sein mit dem schlafen dann mag uns unsere frau auch mehr das hier ist jetzt wirklich eine vorsichtsmaßnahme weil wir haben ja noch einen ganzen tag frühling klingt auch ein bisschen doof aber egal so fertig dann versuche ich mal rauszufinden ane das pferd ist es nicht was ist das denn einfach nur der jack hat ja okay gut also quest im eigenen haus ich habe ja auch das recht der ersten nacht gut wir gehen einfach hin ich denke mal alles andere ist erledigt schnell noch mal einmal drüber gehen wo haben wir viele leute ich mache es immer falsch so was wollte ich machen dass ich wollte dass du machen so hier das wächst nicht im frühling das ist hafer oder roggen roggen wächst einfach nicht im frühling alles andere schon und alles andere wächst jetzt auch nur im herbst gut okay also super warte wie ist das mit hafer frühling herbst ja das könnten wir ja eigentlich immer auf den gleichen feldern machen immer im wechsel dann sparen wir uns dann müsste man was sowas genau wir machen aus dem roggen hafer hafer haben wir noch haferkorn nein aber es ist denke ich mal noch genug im lager aber das machen wir heute nicht wir gehen wirklich pennen ausreichend super wie viel roggen korn haben wir wie roggen roggen ja das können wir ruhig mal trechen oder macht er ja nicht stimmt ja kannst du das bitte mal richtig machen ich weiß nicht was ich jetzt wieder reingestellt hat noch mal schnell gucken was ich hier habe was ich nicht haben sollte ist der something als schulden holz riechen ach wie plötzlich kostet das richtig geld wir gehen pennen und ich glaube morgen eine sache schnell noch verwaltung 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 häuser sieben ist da überall jemand drin ja das heißt also wir müssen jetzt demnächst steinhäuser bauen aber noch nicht wir können noch eine person einladen wir gehen pennen das ist unser haus ich bin mir ganz sicher du hast nicht zufällig viel schöner ich sprich mit ja wie stets alles ist bereit mir ist der ehemann das hört sich gut an und ja gut es war ja kein wechsel dann bin ich mal gespannt ob die das auch wirklich jetzt machen und was wollte ich machen ich wollte mich waschen dazu hat sie zum glück gar nichts gesagt ich gehe mich waschen und trinke dabei noch was ja stimmt ich habe ja beim ersten säen war ich ja sofort wieder schmutzig so jetzt gucke ich mal ganz kurz was habe ich denn an essen im inventar ja 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 fuck 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 entschuldigung dass ich das so sage aber verdorbenes ah ja genau stimmt ich muss ja drachen gott hilfe es ist so unübersichtlich ja ich könnte wege machen und so weiter ich weiß das alles aber ja r so rock'n'korn rock'n'korn Holztell haben wir noch 40. Dann können wir doch das Fleisch, was wir erbeutet haben. Ja, das ist noch recht frisch. Hier haben wir nichts in der Richtung. Gut, Trank, schnelles Heilens. Genau, rote Beete. Boah. Die müssen wir wegkriegen irgendwie. Warum haben wir so viel rote Beete? Ach Gott, ich hab das Verdorbene gar nicht verkraftet. Ne, warte mal, wir haben doch noch Scheune hier. Wir haben doch hier noch ne Scheune. Das ist doch die hier. Hallo? Na? Scheune? Ne, Lager. Die Scheune sieht aber so ähnlich aus. Wo ist meine zweite Scheune? Jetzt gehen wir noch mal da rein. Das ist Materialager, das neueste. Ist das hier? Materiallager. Weißt du, wollte ich Zeit sparen? Nahrungsmittellager. Wir haben doch hierhin eine Scheune gestellt und die war nicht verputzt. Natürlich nicht. Hier ist sie. Ja. Und da können wir jetzt Dünger machen aus Verdorbenes. Tonbewurf. Aha, können wir auch nochmal drei machen? Machen wir alles. Ach, ich muss mal was gucken. Wir haben ja noch einen Platz. Fertigkeiten, Verwaltung, Häuser. Hier. Lothomir. Ich kann noch eine Frau. Na, der ist nicht so gut als Tierzüchter, aber der wird ja besser. So, ich kann auch noch eine Frau besorgen. Und deswegen schauen wir ja wieder in Verwaltung. und zwar Häuser weg. Äh, Gewinnung. Grabungsschuppen. Oh, warum? Was fehlt dir? Ne. Now. Das müssen wir zuerst machen. Ja, die sind zu zu langsam. So, die Eier, sie halten noch ein bisschen. Holzschale. Boah, es wird auch knapp. Mh, der Kohl. Aber uns fehlt ja alles andere. Zwiebeln. Vor allen Dingen Zwiebeln. Wir brauchen furchtbar viele Zwiebeln. Zwiebeln. So. Ähm. Ich glaube, wir reduzieren auch die, ähm. Ne, immer noch aus Spaß an der Freude. Ich bin noch lange nicht an der Stelle, wo ich sage, ja, jetzt habe ich aber wirklich alles gesehen. Ich bin noch, ich habe doch keine Miene, noch gar nichts. Ich bin immer noch dran. Das zieht sich auch noch ein bisschen. Ähm. Was wollte ich gerade machen? Genau. Ich wollte Fifi-Braten. Fifi-Braten. Schuldküche. Nein. Hier. Zack. Abgesehen davon gab es noch dazu Updates. Also, das ist beides richtig. So. Warte. Kann ich irgendwas? Ne, es fehlt überall. Ja, ich habe keine Holzschalen. Ja, Kohl hätte ich. Ah, warte mal. Ähm. Auch alles Holzschale. Wo ist denn der Holzsteller? Ja. Das ist ja Quatsch. Komm, wir bringen es erstmal weg. Dann machen wir das, was wir machen wollten. Also, die hauen jede Menge Updates raus. Und. Ich schnappe mir den Kohl mal, dass die bitte den schlechten Kohl verbrauchen. Weil der verdirbt das längste Mal. Und macht das vielleicht da rein. Und ein Topf. Ja, so viel verkauft ihr doch niemals. Da machen wir 200. Nein, das wollte ich nicht. So. Ja, also wie gesagt. Das ist eine gute Mischung aus beidem. Oder aus all dem. Ja, das ist eine gute Mischung aus beidem. Jetzt machen wir endlich das, was wir wollten. Grabungsschuppen. Kalkstein, das kann der. Das machen wir dann auch. Weil Ton brauchen wir dann keinen mehr. Und wir hauen dem auch nochmal einen weiteren Dingens an. Aber vorher schauen wir schnell nochmal, wie viel Stein wir überhaupt haben. Also ich habe hier sehr viel. Und hier ist dann nochmal. Alter, na gut, okay. Wir sollten wirklich dann... Wir holen ihm jetzt noch was Schönes. Außer Brunnen, alles gut. So, dann schaue ich mal, ob ich dann... Ah, ich könnte ja reiten. Aber das ist hier innerhalb, ist das ein bisschen zu aufwendig. Wir können ja schnell hin. Und da ist auch schon jemand. Ich brauche eine Frau. Also ich nicht. Ich habe eine. Ja, super gut. Ja, ja. Die werden wir dann auch gleich verwalten. Mhm. Genau. So, dann schauen wir nochmal, ob wir hier alles schon abgekreist haben. Wie geht's? Alles, was du brauchst, ich habe es. Nein. Das brauche ich alles nicht. Ah, warte mal. Wir müssen erstmal des völlig unnötigen Leinsamen loswerden. Ach Quatsch, nee. Den können wir behalten. Der wird nicht schlecht. Wir... Wir machen das... Ja, ich weiß. Wir hauen das verderbliche Zeugs weg. Und zwar... Ähm... Den Käse. Der wird schlecht. Dann... Haben wir noch irgendwas... Ja, die rote Bitten. Es bringt nicht viel. Aber da ist die wenigstens... Wird die wenigstens schlecht. Habe ich jetzt ganz weg gemacht. Auch nicht schlecht. So... Die hat immer noch Kohle. Dann würde ich sagen... Dann doch... Und das... Und jetzt ist die Pleite. Können wir hier irgendwas noch kaufen, was irgendwas bringt? Was wir noch brauchen? Eher nicht. Eher nicht. Nein. 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 Mach's gut. Ja, das stimmt. Jedes... Äh... Dingens... Er hier. Der ist auch noch. Okay. Zeig mir eine Ware. Irgendwas, was wir noch brauchen. Ja, wir könnten Setzlinge nochmal für Bäume... Aber ich mit den Bäumen... Das will ich im Moment nicht. Das haben wir alles, alles, alles. Aha. 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 Ja, haben wir mehr, als du essen kannst. Tierfütter könnten wir hier auch kaufen. Wobei das auch nicht nötig sein wird. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das brauche ich gar nicht. Aha. Hand des Königs. Äh... Und... äh...